Live aus der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und ja, mein Name ist Pirmin und nicht nur mein Modegeschmack ist besonders, sondern auch unsere Musik-Game-Show, die wir heute Abend für Sie vorbereitet haben. Du, der Rapper hier, das ist ja ein bisschen unüblich in der Rockband. Wie kam es dazu? Und wie das aussieht, das sehen wir in diesem kleinen Beitrag. Ja, Dani, jetzt stehen wir da. Schön, dass du da bist. Aber für dich ist die Situation garantiert auch ein bisschen ungewohnt. Eigentlich bist du Moderatorin, heute Abend bist du Kandidatin. Und der Altersdurchschnittgrenze wahrscheinlich, die auch dem Sender repräsentiert. Aber ich bin tatsächlich mit MTV und Viva aufgewachsen und habe damals mal für Viva Das höre ich mir nach der Sende an. Ja, okay, bitte, ja, hört es euch an. Aber das muss man auch nicht unbedingt. Euer erster Fernsehauftritt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, definitiv. Ja. Und jetzt gleich auf Jazz gewechselt. Ja. So genau kenne ich mich bei der nicht aus, welche Trotschus die hat. Aber damit geht der erste Punkt an dich, Heiko. Glückwunsch. Richtig. Nein, mit Everybody. Oh nein! Nein! Ist Gott zweig mir nicht tot? Rauschen wird laut, jetzt steh ich hier, kannst dich mehr hören, ich hatte dir vertraut. Leute wissen, was du fühlst, dabei fühltest du doch nichts. Jeder Tag mit dir. Es wurde viel leiser im Laufe der Zeit. Es war keine Leih an und rauscht. Und sah mich selbst klein, diese nicht mehr entfällt. Zu uns gut, zu kürtig und auch kaputt und verbraucht. Unser Song wurde gespielt, unsere Liebe war zu viel. Es war alles zu perfekt und zu intensiv. Jeder Tag war anders und trotzdem zugewohnt. Trotz sehr großem Einsatz war es zu wenig Risiko. Man wurde bewundert, ja fast schon verehrt. So spielt das Leben leider nicht immer fair.